Yo hey Leute und herzlich Willkommen zu einer Runde Peh, was? Hier wir mal auf dem gomma.de.net-server, heute mit dem Freaks IP und dem Flash-Tune-LPs. Uuuuuh, hi. Uuuuuhh. Hahaha. Hahahaha. Bist super wohl, Baby, Leute! Ab geht's, yo! Die Party Wild West. W-wild West? Die...die...die...di... Oh...woah! Uuuuh, ich kenn' die Map gar nicht! Ne... Boah! Ich hab' mir fast das was dir gefallen! Hehehehe! Hier wollte ich grads hören! Häi, wo ist das scheiß Bett? Ach hier! Ah! Mann, ich dachte 첫boy. Mach doch schneller hier! Hahaha. Hahaha. Ey, Patrick kann nicht so schnell, der ist ein bisschen dicker. Oh, was macht ihr da? Wie viel Schachtstück, ne? Wie viel Schachtstück, ne? Wenn du die Dingsabwüster dahin klatscht, die Blöcke dahin ballerst, 2, 1, ey, ich hab auch nichts mehr. Ja, super. Ja, ich komm doch, hallo hier. Ich muss René beim Blöcke platzieren. Hallo. Hallo. Das war so spannend, ey. Ging nicht anders. Bop, 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 bop. Badadada, bop, 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 bop. Zack, 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 zack. Kendi, hast du hier einen Block geplaced, ey? Ich hab keine Blöcke be... Wieso? Das war übrigens ich, du... Spack, Spack, Spacken. 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 Binderung. So. Geht doch. Ich bin in der Mitte, ne? Boah, endlich. Ich glaub, wir grad irgendwie... Du bist in der Mitte. Elektro... Oh, er bleibt stabil und... Was sind wir? Nein. Oh. War da jemand bei uns, oder was? Nö. Oder war René unfähig? Unfähig. Bin unfähig gewesen, Brune gefallen. Ich geh jetzt einfach zu gelb. Ach, ich hab gar kein... Flieg! Kartoffel! Der Jolo auf der Ecke, ey. Ne. Wie hieß der? Jolo-Krieger? Jolo! Leute, Jolo, ey. Bisschen der Jolo-Leben. Weil Team Grün läuft ja auch auf jeden Fall. Also die haben sich noch gar nicht rüber gebaut. Hä? Ja. Die hassen dich voll, deswegen haben die sich rüber gebaut, ey. Okay. Guck mal, jetzt bauen die sich doppelt rüber, ey. Doppelt hält besser, oder was? Wo ist denn das scheiß Eisen hier? Ach, Mann! Jawoll, der ist weg. Das kann nicht sein, ey. Oh Gott, Alter, da ist schon einer mit nem Bogen. Eisen? Eisen? Hä, das Eisen ist doch hier, du... Ach so. Da im Ofen. Ach, im... Im... Ach, da, tatsächlich. Loil. Berlin-Fisch, ey. Hier ist auch jemand in-game, der heißt einfach Pony. Ja, ich bin Pony. Ja, ich reihe gern auf mein Pony, ey. Ach, jetzt hab ich dir drei Brustlatschen gemacht, bitteschön. Was macht der Junge denn da unten? Guck mal, der chillt da ein bisschen. Na, du Chiller. Na, Herr Chiller. Sooo. Conny, willst du vielleicht mal out of the universe? Ey, Conny, ne? Conny, das find ich jetzt nicht nett von dir, Alter. Du hier jetzt mit dem Bogen. Aha! Ohi, ohi, ohi. Ey, Conny, sag ich schon, Pony, ey. Du, sag mal, du mit deinem Pony, ne? Hallo. Na? Na? Hä, was machen die denn da? Was? Die grün? Mal double, double wehe ich da? Ja. Was wird das? It's a kind of magic. Pam, 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 pam. Ey, doppelt halt besser, weißt du? Ganz nach dem... Mein Gott, ich heiß einfach... Ach, nö. Ey, ich heiß einfach LVOP, ey. Du Lacku. Learn... Learn OP, Alter. Learn OP, Leute. Bester Name ever. Learn OP. Oh. Hat eigentlich wer unser Bett eingebaut? Ja, ein bissl, ne? Cool. Ein bissl. Okay, so. Ach nee, das ist der Typ, der hier so... Ich heiß... Ich heiß... Ne, ich heiß nicht der Tom LVOP. Ich heiß... Ich heiß... Ich heiß... Ich heiß... Ich heiß... Ats... Atsko... Atsko Bruder, ja. Was ist das denn für ein Name, Atsko? Wer ist denn da drauf gekommen? Ma, ich bin mir wundervoll. Das sah jetzt auch gar nicht verhindert aus. Das sah echt nicht dumm aus. So wie du eigentlich immer, ey. Hashtag unfähig. Ab zu Team Gelb. Da hab ich gerade auch schon probiert. Da hat mich Learn to Play runtergeschmissen, ey. Oh, da ist er wieder! Da ist er wieder! Jo, wie er mich mit zwei Schlägen einfach tötet. Verdient. Mann. Wo ist denn hier überhaupt das Eisen? Ah! Nein! Sag mal, seid ihr eigentlich beide dumm. Hier! Da! Da! Hier! Da! Sag das doch! Ach, da! Ey! Ihr seid doch beide nicht mehr ganz normal, ey. Ey, was? Was? Ey, die Topfragung wusste ein Eisen. Ja! Woher soll ich das rücken, ey? Ich weiß, wo das Eisen ist, ey! Gib mir jetzt Eisen, Mann! Boah! Was? Ich schmeiß noch meine Scheiß-Bronze-Waren weg. Der haut mich einfach. Der verkloppt mich, ey! Sag mal! Hallo! Ich glaub, er hakt. Ich glaub, ich bin eine Spinne. Na, ist er direkt bei dir? Scheiße. Äh, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Fleisch. Ne? Ne, pass auf, ne? Rene, hinter dir ist ja immer! Pass auf! Rene ist hinter mir schon schlimm genug, ey! Ey, rot ist keiner mehr, grün... Oh, hier kommt aber Gold auch noch. Och, Patrick! Jetzt konzentrier dich doch mal ein bisschen! Mega unterredisch gerade, ey! Ich geh zu gelb. Ja, er boos bin! Oh, was soll ich machen, ey? Jetzt geht die Party ab, hier! Und die Party geht ab, und ich sag, ey! Ey! Ab in den Süden! Oh, hier ist... Oh, der hat nen Bogen! What the fuck, Alter! Lol! Pfff! Ja, gut, ne? Ey, sag mal, René, ne? Wann? Wann machst du hier? Wann machst du hier? Kaufst du ja wieder irgendwas, ey? Bisschen Bett kaufen? Der kauf oder putzt ja nicht, Matt! Matt geht immer rein! Boah, ich wär fast runtergefallen! Matt-Brötchen kauft er sich! Ich hab schon wieder meine A-Taste so durchgepresst da gerade! Hör! Pass auf, das ist einer beim Bogen! Ich presse auch immer meine A-Taste durch! Die ganze Zeit! Learn to play, Leute! Hippo plays, ey! Hippo, Hippo! Ich bin so Hippo-Hoppo, ey! Beide tot! Sauber! Dann fährst du, weil du so blöd warst, ey! Das sind mir so gestorben! Hallo! Bitte nicht einen anf... ...fighten! Hier! Bitchfight und so! Tom lag doch gar nicht, oder? René? Ne, eigentlich nicht! Ne, bei mir fruckelt Tom so ein bisschen! Ne, ne, ich glaub nicht! Kauft Internet! Selber, du Apfel! Beef, Digga! Oh, ja, weißt du, geht wieder auf mich der Penner, weißt du? Oh, der mit seinem Bogen! Oh, Mann! Die haben beide... Ja, super! Ja, WTF! Oh Gott! Oh, ne! Oh, ne! Mhhh! Also, wir haben auf jeden Fall die Chance! Ne, hab ich schon wieder... Hab ich schon wieder gar keinen Bock! Nur, weil ihr sich auf Reihe kriegt, ey! Leute! Also, ich bin hier oben jetzt zweimal drauf geblieben! Ja, du! Und der Hippo, der hüppelt wieder! Ja, was machst du denn da immer so rum? Guck mal, ich lauf jetzt in Runde! Ja, super! Wenn der war jetzt! Ja, schon wieder runter! Aber Team Elf hat ihr Bett nicht mehr! Ja, die sind going down for real, ey! Ja, trotzdem, die Grünen wird uns... Oh, Mann! Nee! Ach, Quatsch! Ach, Quatsch! Überhaupt nicht! Quatsch, Mann, ich! Quatsch mit so, du Bose! Ah, was machst du denn da, René, ey? Ja, aber einfach jeden Schuss trieft! Ja, er schießt mich ab! Was soll ich machen? Feiern! Feierlau, ne? Bisschen herlaufen! Feierlau, ne? Jetzt muss ich aber jetzt gar nicht irgendwelche Rüstungen zu holen, weil man fällt eh die ganze Zeit runter! Also, ich bin... Oh, ich bin tot! Das ist gar nix, Patrick! Also, mich hat nicht runtergekickt! Ich bin tot! Ich bin besser als ihr! Ba, ba, ba! So, ich mach jetzt die Assi-Taktik! Ja, was haben die denn für einen Bogen, Alter! Ich feier jetzt der Entlage da vollkommen durch, ey, sodass sie mich nicht treffen können! Ihr feiert da vorne weiter, ich feier hinten weiter, der Leute! Das macht doch mit dem Weg zu! Ich hab nicht mal Glocke dabei! Oh, sorry! Warte, ich werf dir ein paar Runde! Hier, bitte! Kommt die an? Oh, scheiße! Ich hab nicht genug Glocke dabei, glaub ich! Dann war's dann wohl! Hä? Ja, klar! Was sind die... Kommen die gerade? Ja, die kommen, oder? Ja, die kommen! Scheiße, okay! Du kannst uns jetzt auch höchstwahrscheinlich dünnen! Guck mal, der schreibt einfach easy, ey! Der hat E2 schon! Ja, heißt easy! Weil der easy nicht schreiben kann, der Affe! Patrick, was machst du denn? Weil der zu cool ist! Oh! Ich wollt mich eigentlich sie gut rüberbauen zu denen! Oh! Das klappt aber nicht! Ich hab nicht genug Blöcke dabei! Ja! Er ist runter! Er ist runter! Oh mein Gott! Scheiße! Nicht genug Blöcke dabei, ey! Ich muss jetzt cool werden! Ey! Mann! Oh! Mann! Das ist schon wieder so eine richtige Scheiß-Situation, ey! Da könnte ich richtig... Kacken! 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 Richtig koten! Mann! Boah! Die gehen mir alle hier auf den Nerven, echt! Ne, da krieg ich Aggression! Habt ihr vielleicht Dingsdamens danach Blöcke oder sowas über? Ja, ich hab acht Blöcke! Na klar! Hey, ist er gerade abgelenkt? Go, René! Oh! Oh! Ich bin gleich in der Mitte! Oh! Ja, Mann! Ich muss durch! Ich muss durch! Ich muss durch! Er ist abgelenkt! Ich versuche ihn... Ich versuche ihn runterzuboxen! Ja, von hinten! Ja, er ist unten! Nein! Er ist unten! Er ist unten! Nice! Er hat mich trotzdem getroffen! Egal, er ist unten! Ich hole mir jetzt Gold! Oh mein Gott! Ihr holt Gold! Ich probiere deren Life hier nochmal ein bisschen! Nein! Ich probiere noch mehr abzulenken! Okay? Ich brauche ein fucking Gold! Dann läuft das hier auch mal ein bisschen bei uns! Ja! Ich hab viel Gold! Wenn ich mal deren Lager ablenke hier... Schnell rüber! Versuche irgendwie noch lebend zurückzukommen! Oh mein Gott! Warte! Die haben jetzt auch keinen Bogen mehr, ne? Richtig! Also beide sind runtergeplumpst! Da ist aber noch ein dritter im Bunde, ne? Ach! Den juckt kein! Der ist einfach nur da! Er hat einen Eisenschwer! Uh! Oh! Die merken das nicht, dass er mich rüber baut! Die sind blöd! Das ist ein Nietze! Meine Blöcke! Nein! Ich hab glaube ich nicht genug Blöcke dabei! Oh nein! Warte! Patrick! Nein! Du Idiot! Was kannst du eigentlich? Gar nix! Okay! Ich könnte jetzt Jump-1-Skills machen, aber das bringt's jetzt auch nicht, ey! Jump-Skills, ey! Over 9000! Ach, da hast du dich lang gebaut! Ja, warte! Ich mach das mal weiter! Ja, ja! Ich hol mir noch kurz Essen! Probier das mal, ey! Du, ich bin direkt fast da gewesen! Bau dich mal hoch! Da! Direkt an dem Baum! Und baue dich dann hoch! Du kannst glaube ich von oben! Ja klar! Du kannst von oben aufs Dach! Und dann musst du nur noch dein Bett kaputt machen! Ich glaube, die haben das wahrscheinlich nicht eingebaut! So doof sie die sind! Okay, dann lenke ich die mal ein bisschen über die Mitte ab! Oh! Ja! Treff ich den? Ich probiere die nämlich überall abzulenken! On all sides of life! Scheiße! So! Die dürfen mich jetzt bloß hier äh bloß hier nicht bemerken jetzt! Die sehen dich glaube ich nicht! Also Sneak am besten! Und ich glaube die haben dich auch! Also mich haben die glaube ich auch noch nicht gesehen! Patrick! Einer kommt hier! Die checken's doch eh nicht! Die checken René da hinten gar nicht! Oder? René haben die dich schon gesehen? Nee! Aber die haben wieder ihren Bogen! Ja aber nur der eine! Haben sie? Aber ich hab ja auch eine! Ja der eine hier hat seinen Bogen! Achso super! Okay! Geil! Get Wacked! Ach! Ja du hast eine Spitzhacke! Oh cool! Ja! Boah ich hab noch gerade ganz knapp! Hast du den Bett? Hast du den Bett? Hast du den Bett? Einer chillt da! Nein er hat mich gesehen oder? Ja er sieht mich! Scheiße! Nein! Ich bin gestorben! Nein! Oh ich war auf dem Bett drauf! Die haben das gerade selber noch abgebaut! Weil die das noch eingebaut haben! Och man! Scheiße! Aber der hat ein Eisenschwert! Der hat mich einfach direkt gekillt man! Okay! Also haben die nen Bettwächter! Das ist natürlich Bett! Die standen gerade alle da! Bettwächter! Ich weiß nicht! Aber die haben mich trotzdem nicht gesehen! Aber jetzt haben sie spätestens unseren Weg bestimmt gefunden! Hm! Oder? Sicher! Ich glaube nicht! Nee! Ich glaube auch nicht! Ich weiß nicht! Die sind ja gerade noch bei dem Bett am Schil! Probier doch mal über deren Weg gleich! Ich geh nochmal hier rüber! Warte Tom! Ich probier's gleich auch nochmal! Ich geh direkt mal René helfen! Alles gut! Alles gut! Du musst dann gleich mal aufpassen! Ich hab gerade keine Säcke aufgenommen! Ich hoffe mal du hast eine! Warte ich komm gleich eben kurz mit meiner Spitzsacke! Ja klar hab ich eine dabei! Ja jetzt hat er unseren Weg gefunden! Ja er schießt schon mit dem Bogen hier auf mich! Ach so ein Idiot! Ey! Schade! No! Ich bin tot! Okay! Hm! Schade Schokolade! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Ja warte! Den kann ich vielleicht runter schubsen! Ja ja! Probier das mal! Also mich trifft der von hier eh nicht! Der trifft mich höchstens gerade! Runter treffen tut er mich eh nicht! Nein! Hast du ihn? Er hat sich bewegt! Ne! Achtung der kommt! Ich seh es! Jawoll! Nice! Ich hab ihn! Ich hab ihn mit seinem Scheißbogen erst runter! René! Rüber! 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 Ich hab ihn eh jetzt gerade mit seinem Bogen! Der ist jetzt down! Hast du ne Spitzhacke mit? Ja hast du! Ja hab ich! Ja okay! Ich komm direkt hinterher! Ich hab den gerade mit seinem einen Dingsamster getötet! Mit seinem Bogen hier! Die werden jetzt bestimmt bei dem Bett äh irgendwie campen gerade! Ja ohne! Okay ich geh zur Mitte! Ich wurde untergeschossen! Hä? Ach der nächste hat doch noch nen Bogen! Ach scheiße ey! Von wo überhaupt? Ich hab gar keinen gesehen! Ja doch! Oben auf dem Dach steht einer! Der probiert mich auch die ganze Zeit anzulesen! Ja dann wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren da über dem Weg! Oh sche- Haha! Mann ich bin so bleib! Nein! Er hat mich nicht getroffen! So ein Affe! Aber ich hab mich selber getötet! Das ist natürlich ein Genius! Okay! Ähm! Ich hab 5 Gold! Die haben zu viel Gold! Wahrscheinlich! 10 Gold! Oh wie viel Gold hier liegt! 15 Gold! Warte ich geh mal nach unten in den Keller! Da liegt noch mehr! Den kennst du noch gar nicht! Okay ich bring das mal! Den Keller oder? Ne! Den hier unten! Wahrscheinlich kämmt da doch einer von denen! Ne einer war! Ist das so zugebaut! Hä? Das sieht so aus als wird hier noch jemand von denen einfach eng! Ja ne willst du einen Bogen? Das wäre jetzt natürlich super! Ja gleich! Okay! Du kannst jetzt erstmal selber nochmal Gold holen! Alles klar! Weil ich hab 15! Ja schon wieder einer von denen! Mal gucken ob ich den mal irgendwie down krieg oder so! Ich häng hier immer noch in diesem Brunnen am chillen übrigens! Bin im Wunschboden ey! Jawoll! Den einen hab ich tot gekriegt! Jawoll! So! In der Kiste sind 10 Gold! Ist das Gold schon mal safe? Haben sie das wenigstens nicht? So! Okay! 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 Ich hab übrigens 11 Gold ne! Ich komm auch mal ins Mittel! Ach ich hab mir jetzt gar keine gute Spitzhacken! Einer von denen kommt schon wieder aber ohne Sachen! Was machen die denn? Ach Scheiße! Wie komm ich denn irgendwas mal raus? Die dürften eigentlich glaube ich gar nicht mehr viel haben ne? Hm! Shit! Das ist natürlich doof! Leute! Rene kannst du vielleicht mal herkommen? Was brauchst du denn? Oder Tom? Warte mal! Obwohl ne warte ich glaube jetzt gehts! Warte komm ich da jetzt hoch? Ah ok! Warte ich muss hier hoch! Ich bin unten im Keller gewesen! Gold geholt! Hier in diesem Brunnen! In diesem einen Brunnen! Da ist so ein Wunschbrunnen! Da kannst du Gold holen ey! So ein Wunschbrunnen! Ey ich sag mal! Tom! Gib mir mal Blöcke! Gib mir mal Blöcke! Und Gold! Beides! Alles! Gebrüht! Gebrüht! Ich hab grad zwei Ender Chests geholt ne? Dann hauen wir die jetzt! Ok gut! Warte mal! Dann komm jetzt mal rüber erstmal mit der Ender Chests! Dann hau ich das jetzt ja nicht! Nimm ich das jetzt ja nicht so mit! Oder? Wie komm ich denn da unten rein? Ich weiß gar nicht wie ich da reinkomme! Wo bist du denn? Ja warte ich bin grad auf dem Weg zur Mitte! Ok! Ups! Zeig dir gleich wie man da reinkommt! Was machen die denn da? Achtung! Ich glaub einer kommt über den Weg gerade! Ich weiß aber nicht! Der steht da so unauffällig! Guck mal! Wollen wir die unten denn da unten hin tun? Hier! Hier! Drüber! Hier gehst du hier einfach runter! Hier rein! Dann hier runter! Und hier ist dann auch noch so ein Gold Spot! Einer! So ok! Und hier ist fast nie jemand! Dann setz dich mal da hin! Ich hab da jetzt 23 Gold reingeknallt! So jetzt können wir da die ganze Zeit Goldfarm! Hm! Ja! Also 24 sind da schon drin! Wir können uns dann gleich auch in der Pferde holen oder so ne? Ich geh mal runter! Obwohl die Sache ist! Wir müssten die da drüben eigentlich nur oft genug killen und aufpassen dass die nicht in die Mitte kommen und gut ist! Die haben auf jeden Fall einen Bogen! Also einer hatte noch einen Bogen! Ach von da oben fällt auch noch Gold rum! René ich schmeiß hier Gold in den Wunschbrunnen! Oh! Einer geht über den Weg! Achtung! Einer geht über den Weg! Oh oh! Ach du Scheiße! Ey! Hast du den Tom? Boah! Bei uns gewittert hat grad hier richtig! Tom! Hast du den? Ach warte! Hier ist es René! Hier warte! Sorry! Es ist runtergefallen! Oh fuck! Ok! Ich guck mal dass ich den jetzt irgendwie hole! Achso! Ich wollte auch grad eben kurz rüber gehen! Wo ist der denn? Da hinten war der irgendwo! Der ist jetzt an der Mauer! Ah! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Ich seh ihn! Der ist ja schon wieder ein ne? Scheint so! Der ist ja hinterher grade eingebaut! Damit du den nicht triffst mit dem Bogen! Kein mal dumm! So! 29 sind grad in der Bogen! Oh ja! Ich seh es ey! Läuft bei uns! Boah! Ok! Das heißt! Wollen wir uns... Also soll ich einen easy, solch einfache Bogen erst mal machen? Also quasi... Ne! Mach direkt die krassen Bogen! Oder direkt... Was nehmen wir denn? Entweder also Level 2er und zwischen Level 2er und 3er ist ja nicht so viel Unterschied! Außer der eine! Obwohl der eine hat glaube ich... Der eine hat Schlaf! Wir müssen aber auch alle noch einen Eisenschwert haben! Der eine hat Schlaf! Ein Eisenschwert habe ich schon! Also ihr braucht eigentlich nur 2 nur! So! Ja gut! Warte! Ich mach erstmal 2 Eisenschwerter! So! Gut! Dann hab ich noch... 22 Gold! Ach hier ist ein... Grüne! Oh! Ist da einer? Jawohl! Ich hab ihn gekillt! Ok! Ich hab noch 32 Gold! Hier René! Ich hab den Eisenschwert in die Kiste gepackt! Ich mach jetzt noch 3 beste Bögen! Ne! Ich komm jetzt grad zurück in die Base! Oh Gott! Ich hab noch 8 Gold so im Inventar gerade! Achso! Ja! Ich steh eh in der Kiste! Warte mal! Ich mach dann 2... 3... Was hast du für nen Bogen Tom? Normal! Ok! Ich mach jetzt erstmal... Ok! Ich hab jetzt 2 beste Bögen machen können! Wie viel hattest du noch so im Inventar? 8! Warte ich tu die mal hier rein! Hast du die jetzt alle? Ja! Ich pack die da mal rein! Ich hab dir da dein Schwert auch schon reingepackt! Ich pack dann da nochmal den Bogen da mit rein! So! Müssen wir natürlich gleich mal gucken! Hm! Ähm! Ähm! Ich mach jetzt erstmal... Alter wir haben einfach 31 Eisen! Man merkt wie oft man... Wie oft wir... Habt ihr alle besten Brustpanzer? Nee! Ich noch nicht! Schutz 3 und so! Ich hab nur Schutz 1 Gold! Warte! Warte! Nur Sekundas! Ich mach dir direkt ein, bitte! Rene! So! Ok! Jetzt sag hier! Der Cheater echt immer noch! So warte! Dann hast du jetzt 1 Gold... Haben wir 1 Gold zu wenig für Tom! Tom! Das ist natürlich praktisch! Für Tom! 1 Gold zu wenig haben für Tom! Für Tom! Tom! Das geht nicht! Tom! Obwohl dann kann ich ja einfach... Wo chillen die denn eigentlich gerade? Also einer chillt noch... Einer chillt noch da hinten an der Wand... Ähm... Und die anderen sind irgendwo da hinten... Ich mach mir jetzt einfach auch nochmal direkt eine Spitzhacke mit... Ich geh nochmal in die Mitte, ne? Ja! Und... Ich komm auch mal mit! Und guck mal... Versuch mal den einen hier von seiner Wand hier... hier weg zu... Ja! Du hast ja Dings haben... Du hast ja einen guten Bogen... Das heißt ja, dass du die leichter killst... Oder die leichter da killen kannst... Den Typen! Wo? Ja! Feuerzweig! Wollt mich anzünden! Brandmeister! Jawohl! Ich hab ihn gekillt! Nice! Okay! Tom kriegt auf jeden Fall auch gleich einen geilen... Gib mal her Tom! Wo bist du? Ach da ist der Dicke! Ja! Ich geh mal nochmal kurz in den Keller, ey! Ich versuch jetzt grad mal ganz schnell auf deren Dach zu kommen! Ja! Ich bin nämlich gerade hier auf dem Weg! Okay! Und knall doch nochmal eben kurz daheim! Schaffste! Ich könnte jetzt über den anderen Weg kommen! Ich bin so gut wie safe hier oben! Ich lenke die ein bisschen ab von hier unten am besten! Die sind doch gerade gar nicht mal in der Kiste übrigens! Ich baue das Bett ab! Ja! Bau ab, bau ab, bau ab! Wo ist es denn da? Jawohl! Ich komm direkt! Ich komm auch rüber! Eine Sekunde! Scheiße! Ich muss hier kurz aus dem Wunschboden hier rausspringen! Einer kommt zu dir hoch! Achtung! Hab ihn! So! Hier unten ist noch einer! Achso! Ihr seid schon fertig! Jawohl! GG! Boah! Das war eine krasse Runde! Alter wie lange war die denn? 20 Minuten 21! Du hast einen neuen Rekord aufgestellt! Ich hab wieder bestes Internet! Das dauert bestimmt wieder drei Tage! Geil! Ja gut Leute! Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen! Und schaut auf jeden Fall bei dem neben Patrick und dem neben René vorbei! Die stehen natürlich unten in der Videobeschreibung! Und äh... Ja! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal! Haut rein und ciao! Bis zum nächsten Mal!